Noch drei Jahre bis zur Bundestagswahl, respektive, es ist jetzt ein Jahr her, dass wir Tagesschau mit Ihnen für Sie machen durften. Seit dem Lümmel wie hier rum, lesen wir irgendwie Buch, trinken wir Kaffee, ja, da ist der Hund da drauf. Ne, wir sind verantwortungsbewusste christliche Unternehmer und sprechen von uns immer im Wir-Duktus, der Lucky und ich, also wir, also ich bin wir und mit Lucky zusammen sind wir übrigens schon drei, haben für die Unterstufenschüler, die wir gratis auf der Pausenhallenhofecke mit Heroin angefixt haben, gesagt, ah, ist doch kein Problem, gibt es halt Methadon. Lucky und Fred, den geilen, geilen Podcast findet ihr da und das coole Pro Bono Projekt findet ihr da und uns in drei Jahren oder wenn Frau Merkel es vorher einsieht.